Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build Heroikos. Ja, wie ihr wahrscheinlich merkt, wenn es eine neue Folge gibt, dann habe ich es auch wieder geschafft, eure Kommentare ein Stück weit umzusetzen und ich will auch gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Wir fangen also gleich an. Und zwar, wir befinden uns hier, wer es nicht weiß, am Fuße des Berges. Wenn wir da hinten, sieht man, da ist das Krankenhaus, Feuerwehr und wenn man in die Richtung guckt, da würde die Metro laden. So, falls ihr euch wundert, was das da oben für eine komische, hässliche Steinmauer ist, das ist etwas, was schon gebaut wurde, was ihr aber noch nicht zu sehen bekommt. Das kommt dann irgendwann in einem anderen Video. So, wir fliegen jetzt einfach mal hier hoch auf den Berg und hier oben auf dem Berg befindet sich erstmal eine Straße. Wow, total spektakulär, eine Straße mit Bürgersteig. Was euch wahrscheinlich auffällt, wenn ihr unsere anderen Videos aufmerksam geguckt habt, und zwar ist es so, hier haben wir die Straße und die Bürgersteige sind etwas angehoben, nicht so wie beim Rest. Das heißt, hier oben, das ist eine besondere Gegend, hier sind große Häuser von reichen Leuten und genau darum ging es auch in dem Kommentar. Und zwar wurde sich gewünscht, wie ihr jetzt auch unten sehen könnt, dass wir eine Villa bauen und am besten aus Nähterziegeln, das soll wohl cool aussehen. Ich konnte es mir am Anfang ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, aber ich habe es einfach mal versucht und ich muss sagen, mit Nähterziegeln kann man schon was cooles anstellen und hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Die Villa aus Nähterziegeln mit einem flachen Steindach. Ich zeige euch mal kurz hier die Rundumansicht. So sieht das Ganze aus. Sehr modern geworden, finde ich. Und dann kommen wir doch mal zum kleinen Rundgang. Hier einmal durchs Tor durch geht es los. Die Auffahrt runter, direkt den Blick auf das große Carport gerichtet. Zum Park natürlich, damit das Auto auch immer am Trockenen steht. Hier vor kleiner Gästeparkplatz zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, Geburtstag hat, irgendeine Feier. Leute kommen zu Besuch, die können sich dann hier hinstellen. Dann, was eine Besonderheit an dem Haus ist, dass es alles etwas unsymmetrisch und verrückt ist. Wir haben jetzt hier unten die normale Wand. Hier dann dieser kleine Einschub für den Eingang. Und obendrauf sitzt eben jetzt das Haus, aber mit diesem kleinen Vorsprung, den wir hier haben. Der sitzt weder mittig, also glaube ich zumindest, wenn es mittig ist, dann ist es Zufall, noch hat er irgendwie eine besondere Position. Also vollkommen unsymmetrisch das Ganze. Wenn wir dann hier zur Seite gehen, sieht man zwei kleine Fenster. Oben natürlich mal eine Wand. Ein Haus kann nicht nur aus Fenstern bestehen, sonst könnte man keine Räume reinmachen. Obendrauf gibt es dann einen kleinen Balkon. Klein, aber fein. Naja, klein, aber fein sind immerhin 25 Quadratmeter. Unten drunter eine hell beleuchtete Terrasse. Hier haben wir auch einen schönen großen, hellen Ausgang mit viel Glas. Hier oben haben wir auch nochmal zwei Lämpchen drin. Dann haben wir hier die andere Seite. Da haben wir dann hier oben zwei riesengroße Fenster. Panorama-Blick. Ich weiß gar nicht, sieht man von hier was? Ne, leider nicht. Naja, das liegt jetzt daran, dass Minecraft eben nicht lädt. Aber eigentlich hat man von da dann einen perfekten Blick auf die Stadt, die da vorne jetzt langsam lädt. Von den Fenstern hier oben. Jetzt Tag machen. So. Ja, unten zwei kleine Fenster. Dann fliegen wir hier rüber. Hier haben wir natürlich wieder, was heißt natürlich, hier haben wir auch wieder so einen komischen Überstand. Genau wie hier drüben auch. Diesmal steht er auf zwei Säulen. Und wenn man hier drunter durchgeht, kommt man wieder vor ins Carport. Das ganze Haus hat immer mal so ein paar Rosenranken, die hier an den Säulen hoch, rechts an der Wand. Aber auch hier vorne beim Eingang, an den Wänden geht's hoch. Was man sieht, eine kleine Besonderheit an den Wänden ist, wir haben hier am Geschoss, die Geschossdecke ist immer so ein Stück eingerückt. Das geht hier einmal komplett, einmal komplett drumherum. Egal ob Auszug oder normale Wand. Immer dieser kleine Einzug da drin. Finde ich, sieht ganz cool aus. So ein kleines Detail, was es interessanter gestaltet, wie wenn da einfach nur immer eine gerade Wand hochgeht. Oben haben wir dann das Flachdach drauf. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zur kleinen Innenführung. Wenn man reinkommt, Eingangsbereich, nur ein kleines Fenster hier, dann kommt zum Beispiel eine Garderobe hin. Irgend so was. Ja, wie in den meisten Gebäuden, haben wir auch hier nichts eingeräumt, weil, ja, das dauert einfach viel zu lange, da irgendwelche Detail sich auszudenken. Und wir wollen ja, dass die Stadt wächst und nicht irgendwie ein Haus drei Folgen lang zeigen. Ihr wollt ja auch was Neues sehen. Aber ich habe mir trotzdem ein paar Gedanken gemacht. Hier könnte man zum Beispiel eine schöne Küche reinmachen. Dann hier irgendwie den Essbereich, von dem man dann auch raus auf die Terrasse kann. Wenn man jetzt hier die schön beleuchtete Treppe hochgeht, kommt man ins Obergeschoss. Auch hier ist nichts eingeräumt, bis auf ein Sofa, mit einem kleinen Couchtisch davor und einem Fernseher an der Wand. Hier haben wir dann auch dieses riesengroße Panoramafenster in Richtung Süden. Ich sage einfach mal, das ist Süden. Keine Ahnung. Ich glaube, bei Minecraft gibt es keinen Süden, weil die Sonne einfach so macht. Ja, da hinten geht die Sonne unter. Das heißt, aus Westen, dann Osten, dann müsste da Süden sein. Aber da die Sonne ja nicht so im Kreis fliegt, wie sie in Wirklichkeit macht, sondern einfach nur so einmal drüber rüber. Ist das eigentlich scheißegal, wo bei Minecraft die Fenster sind. Es ist immer mal hell. Oh ja, auf jeden Fall. Hier geht es dann raus auf den kleinen Balkon. Und ja, um das Grundstück ein bisschen, also ihr seht, das Grundstück ist noch nicht fertig. Dazu habe ich leider keine Zeit mehr gefunden. Aber hier vorne dachte ich mir, das kann ich nicht so leer lassen. Da setze ich mal so ein paar Tannen hin. Ein kleiner Tannenwald hier im Vorgarten. Ein kleines Add-on, was das Grundstück hat. Ihr seht, wir haben hier Redstone-Lampen unter diesen weißen Flecken. Und die sind eben jetzt aus. Wenn ich aber jetzt Timeset Night mache, wird ihr gleich sehen, gehen diese Lämpchen an und leuchten schön den Auffahrt runter, den Weg zum Eingang. Und so sieht das Ganze dann auch bei Nacht aus. Wir haben hier den Eingang beleuchtet. Hinten die Terrasse, große Lampen, auch da oben welche drin. Und ja. So, mache ich aber wieder hell. So, dann gibt es in diesem Video noch ein zweites Objekt. Das wurde sich nicht gewünscht. Aber ich habe es auf einer alten Welt, ich habe ein bisschen meinen PC am Wochenende durchforstet und habe auf einer alten Welt eine Villa gefunden, die Richard und ich damals auf einem Server gebaut haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen traurig, dass sie weg ist. Aber ich habe sie zum Glück wieder gefunden. Und zwar haben wir damals versucht, eine möglichst moderne Villa zu bauen. Und meiner Meinung nach ist es das auch gelungen. Und das Ganze sieht so aus. Das ist die Villa. Ihr seht, wird es aus weißer Wolle, weiß edel, mit sehr, sehr viel Glas. Wahrscheinlich viel zu viel Glas für ein Haus. Aber das ist egal. Hauptsache, es sieht gut aus. Und ich finde, die ist uns echt gut gelungen mit den ganzen verschiedenen Etagen. Wir haben hier den ersten Stock, die Bodenplatte. Dann haben wir hier den Eingangsbereich in einer anderen Höhe. Da ist wieder eine andere Höhe eingezogen. Hier hinten, wie bei dem anderen, haben wir einen kleinen Überstand. und hier drüben eine große Terrasse. So, das war jetzt die Schnellumfahrt. Gehen wir aber mal zum Eingang. Man kommt hier rein. Hier hat man einen Parkplatz. Hier so ein Vorgarten vorm Vorgarten. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, um reinzukommen, geht man hier die Treppe hoch. Schön mit einem Brunnen. und rein in die gute Stube. Wir haben jetzt hier erstmal beim Eingang einen großen Kronleuchter. So sieht das Ganze von innen dann aus. Das war noch zu einer Zeit auf dem Server. Da haben wir auch versucht, detailreich ein bisschen zu bauen. Deswegen ist hier noch eine Küche drin. Die sah damals mit dem anderen Texture-Pack wesentlich besser aus. Aber naja, kann man nicht ändern. Kann man natürlich ändern, aber ist egal. Hier haben wir jetzt eine riesen Fensterfront drinnen. Hier auch. Überall ziemlich viele Fenster. Und das Lustige ist, es geht entweder über die Außenseite nach oben. Jetzt zeige ich das einfach mal so. Gehen über die Außenseite nach oben auf diese riesengroße Terrasse. Und oben geht es rein. Jetzt sind wir in dem oberen Teil. Da haben wir schön Galerie unten auf den Eingangsbereich. Wenn man jetzt hier außen lang geht, das ist... Ich weiß nicht, ob es dafür einen richtigen Namen gibt, das ist hier so ein offenes Stück, ein offener Flur eigentlich. Hier rüber in dem Bereich geht es zwei Stufen runter. Und hier hat man auch nochmal auf einer anderen Ebene dann eine Galerie zu dem Eingangsbereich. So, was ich eben gesagt habe, das Witzige an dem Haus, es gibt nur die Treppe nach draußen oder man geht eben über einen Fahrstuhl ins nächste Stockwerk. Ist, glaube ich, kein typisches Wohnhaus Add-on, aber naja, Hauptsache es sieht cool aus und so sieht das Ganze dann nochmal von außen aus. Ja, dann zeige ich zum Abschluss nochmal, wie sich gewünscht wurde, das Kommentar. Schreib doch mal, falls du das Video siehst, schreib doch mal in die Kommentare, ob es dir gefallen hat, ob du dir das so vorgestellt hast oder falls du noch irgendwelche Anregungen oder Anmerkungen hast, was wir ändern könnten, schreib auch das rein. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.